Login leider nicht erfolgreich, das ist natürlich nicht so schön. Daher gibt es die Möglichkeit auf Passwort vergessen zu tippen. Wobei wohlgemerkt, wenn Sie drauf klicken, Ihnen eine Möglichkeit angegeben wird, und zwar E-Mail, Adresse oder Nutzernamen eingeben. Ich gebe hier natürlich meinen Nutzernamen ein, da ich jetzt nicht weiß, was meine zweite E-Mail-Adresse für war oder meine erste, wo ich das erstellt hatte. Und sage mir, den Code gebe ich auch ein und klicke auf Weiter. Jetzt sehen wir hier, dass hier drin steht, dass hier mal eine erste E-Mail-Adresse war, bevor ich mich also bei WebDE registriert habe. Und die hat eine Endung mit DE. Aha, das ist also meine erste E-Mail-Adresse. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ganz klar. Man kann auch im Browser gespeicherte Passwörter übrigens auch anzeigen lassen. Das Problem dabei ist, dass in den meisten Fällen wir die obere Option benötigen, denn die untere Option, naja, wie soll ich sagen, die hat man meistens gar nicht zur Verfügung, weil die Cockies hat man gelöscht oder man hat die Passwörter im Verlauf alles mal gelöscht gehabt. Das ist dann dementsprechend eine Methode, die sehr selten in Frage kommt. Man kann es machen, es gibt auch dazu Anleitungen. Man könnte also da draufklicken und man sieht eine Anleitung für Firefox, für Chrome oder für Internet Explorer. In dem Fall mittlerweile, wenn man Windows 10 hat oder Windows 11 für each Browser und von daher nehmen wir die erste. Die andere Option, die ich jetzt nur in einem neuen Tab öffne, ist eine mit Identitätsprüfung per Personalausweis oder Reisepass. Die ist wirklich nur im schlimmsten Falle, im härtesten Fall, wirklich im härtesten Fall, don't do it. Wenn ihr Angst vor Menschen habt, die ihr ja anrufen müsst mit Videocam versucht, also ich habe keine Angst, aber ich denke mal, dieses Verfahren ist wirklich für Leute, die sagen sich, ich kann nicht anders, ich habe so Angst vor Menschen, na gut, dann nehme ich die Methode. Also bleiben wir bei der ersten und klicken einfach auf Senden. Nun jetzt wird uns eine E-Mail gesendet, lautweb.de und wir beprüfen das gleich, indem wir einfach unser Outlook öffnen und unsere Haupt-Mail, in dem Fall andreas-web.de nachprüfen. Ich schaue mal nach, ob irgendwas gekommen ist von diesen ganzen bescheuerten Mails aus Erwerbung und wir sehen oben, na wo ist das, wo war das nochmal, ah da ist es ja oben, da oben ist es Web.de Sicherheit. Und da haben wir also diesen Link und diesen Link, den versucht man nicht einfach raus zu kopieren, weil es sowieso nicht geht, aber es könnte sein, dass man das versucht, sondern wir klicken sicherheitshalber einfach ganz normal auf diesen Link drauf, denn alles andere wäre Nonsens. Okay, also, wenn wir ganz normal auf den Link draufklicken, ich mache das jetzt nochmal, dann kommen wir zu einer Seite, die heißt Passwort vergessen und ich soll dann eine E-Mail-Adresse eingeben oder einen Nutzernamen. So, das ist natürlich nochmal das Gleiche, was wir vorher hatten. Ich gebe natürlich wieder mal meine E-Mail-Adresse ein, diesmal natürlich wieder mal komplett mit Web.de und klicke auf Weiter, dann habe ich die Möglichkeit, ein Passwort Neues einzugeben, das sollte mindestens acht Zeichen haben und ich kann dementsprechend mir ein starkes Passwort vorschlagen und wenn ich da draufklicke, dann tut mir, also das ist eine Funktion von Google Chrome, dann tut mir eher ein vorschlagendes Passwort und ich kann mir das dann einfach auswählen und dann klicke ich auf Passwort speichern natürlich und dann kann ich das auch gleich hier aktualisieren und wieder auf Speichern klicken, damit auch ich mein Passwort in Zukunft bei Chrome gespeichert habe und nie wieder sowas passiert, dass ich es vergessen habe. Und das war es im Endeffekt. Jetzt müssen wir einfach nur auf Aktualisieren klicken, auf Login und siehe da, voilà, Menü, ja, fast, voilà, Monerie, aber nur fast. Ja, der Adblocker ist so eine Sache, den sollten Sie bitte deaktivieren, dann sollten Sie auch so erst mal und deaktivieren, denn es gibt hier keine Umwege. Also, einfach deaktivieren und dann geht es gleich weiter. Nachdem wir den Adblocker deaktiviert haben, müssen wir einfach nur mit 5 Taste klicken und dann kommen wir auf dieses Fenster und klicken wir auf zum Login natürlich und auf den Login-Button nicht zu vergessen zu klicken und dann machen wir noch einmal Login und dann sind wir auch schon drin. Nach einiger Zeit natürlich, denn es dauert und je nachdem, wie viel man E-Mails drin hat und dann kommt wieder dieses Fenster und bitte, don't do it, spenden Sie nicht. Klicken Sie einfach auf Weiter und gut ist, diese 3,99 können Sie mir spenden statt Web.de für tolle Videos, die ich mache. Na, das war's auch schon. Ich bedanke mich natürlich fürs Schauen des Videos und nicht vergessen zu liken, zu abonnieren, Kommentare und ja, ich stehe gerne immer zur Verfügung.